Big Data, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, das sind wichtige Begriffe aus unserem Leben, gelten selbstverständlich auch im Finanzbereich. Wie können nun Investoren von dieser Entwicklung profitieren? Das wollen wir klären hier auf dem Vermögestag der V-Bank. Bei mir ist Thomas Gotter, Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG. Schön, dass Sie da sind. Zunächst mal ganz grundsätzlich, was macht denn den Charme von Tech-Aktien im Jahre 2024 aus? Schönen guten Tag, Herr Franeck. Ja, die Digitalisierung ist weiterhin in vollem Gange. Jeder kennt den Hype um KI, um die NVIDIAs dieser Welt. Aber es gibt natürlich noch viele weitere interessante Technologien. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie heute den Vortrag von Herrn Maschmeyer gehört. Der schaut ja auch nach den Investitionsmöglichkeiten, nach Venture Capital. Und es gibt viele Technologien, Fintech, RegTech, die genau diese Entwicklung noch vor sich haben, die jetzt die KI schon unsere Meinung und auch die Meinung vieler anderer heute, wie ich mitbekommen habe, schon hinter sich hat. Ja, also da geht noch was in jedem Falle. Und die Frage ist, wo geht noch was? High Growth Investing ist mir da in der Vorbereitung auf unser Interview untergekommen. High Growth Investing, was hat es damit auf sich, Herr Gotter? Makroökonomisch betrachtet ist High Growth Investment, da können wir von absehen, weil das Wirtschaftswachstum in Europa war letztes Jahr bei 0,4 Prozent, in den USA bei 2,5 Prozent. Aber natürlich gibt es in diesem Umfeld, in diesem brasanten Umfeld, was sich hier wechselt mit sozialer Entwicklung, mit ökonomischer Entwicklung. Hier gibt es noch viele Branchen, Bereiche, die halt diese Entwicklung noch vor sich haben, wo noch Chancen sind, wo wirklich die Welt sich noch verändert. Und die Welt verändert sich durch Unternehmen, durch Technologie. Und Sie machen das nicht alleine, Sie haben sich Verstärkung geholt als Plutos, nämlich Stefan Waldhauser, bekannter Software-Experte. Mit welcher Motivation? Ja, Stefan Waldhauser ist ein alter Kenner, ein sehr guter Kenner des Silicon Valley. Er ist selbst Unternehmer gewesen, hat sein Unternehmen in Silicon Valley verkauft, hat das Unternehmen begleitet dorthin, hat weiter dort gearbeitet, viele, viele Modelle kennengelernt, hat hier in Deutschland eine Anhängerschaft von 500.000 Followern mit seinem Aktienguide. So, wir als Plutus Vermögensverwaltung, wir haben immer ein offenes Auge. Wir schauen, welche Entwicklungen sind für uns, für unsere Anleger interessant. Und da sind wir auf Stefan mit seiner Strategie gestoßen und haben geschaut, na, wie können wir die denn investierbar machen? Und da sind wir dann auf die Suche gegangen und bei der V-Bank als unsere Partnerbank gelandet. Die haben nämlich eine tolle digitale Plattform, womit wir das Projekt auch im Endeffekt erfolgreich zusammen mit der V-Bank und mit dem Stefan Waldhauser umgesetzt haben. Dann bleiben wir doch noch ein Stück weit in der Strategie. Wie funktioniert die konkret und wie sieht die Gewichtung von Branchen und Sektoren aus? Es sind zehn bis zwölf hochkonzentrierte Titel im Portfolio. Also der Stefan Waldhauser, die Strategie, sieht auch hohe Gewichtungen vor. Damit ist auch eine hohe Volatilität verbunden. Das ist auch wichtig. So, auf einzelne Branchen schaut man nicht, sondern jedes Unternehmen wird analysiert. Und wenn dieses Unternehmen das wert ist oder wenn der Aktienkurs von dem entfernt ist, was das Unternehmen wert ist, dann lohnt es sich, da rein zu investieren. So, wie erfolgt das? Sie gehen auf die Plutus-Website und können digital das Konto und Depot eröffnen. Wenn Sie das bis zum 1.7. machen, ab dann beginnt die Investitionsphase. Dann bekommen Sie sogar die gleiche Performance wie Stefan Waldhauser, der dann auch mit seinem eigenen Depot, mit der Umsetzung startet. Und abschließend noch die Frage, welche Zielgruppe wollen Sie mit diesen Ideen und Anregungen ansprechen? Ich sehe hier zwei Zielgruppen. Wir haben die erste Zielgruppe, das sind Anleger, die bereits ab 25.000 Euro in ein Einzelwertportfolio investieren können, in eine hochinteressante Strategie. Des Weiteren sehe ich zum Beispiel bestehende Blutauskunden. Da kann diese Strategie eine sinnvolle Erweiterung ihres bestehenden Portfolios sein. Ich nehme mal ein Beispiel. Uns hat gestern ein Kunde angerufen und hat gesagt, guck mal, ich habe einen hohen Apple-Bestand. Die Apple ist super bewertet. Nimm mal da einen Bestand raus und pack den in die Waldhauser, in die AGI-Strategie. Und damit hat er eine sinnvolle Ergänzung von einer Tech-Aktie in ein ganzes Tech-Wachstumsstrategie-Portfolio. Also breit diversifizieren, auch im Hightech-Bereich. Das nehmen wir mit aus diesem Gespräch, Herr Götter. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Framig.